hallo lena schön dass es heute mit uns geklappt hat danke dass du zeit hast moin moin ich weiß gar nicht wo du wohnst aber das ist auch nicht sag uns das nicht das ist nicht wichtig für unser gespräch ja also kannst du dich kurz vorstellen wer du bist was du so tust und ja und dann fangen wir einfach mal an zu reden weil du bist heute ich habe mehr sonst musiker und bands und so und heute ist mal jemand anderes da erzähl doch mal wer du bist ja also ich bin lena ich bin 20 jahre alt ich supporte bands und auch plattenlabel über instagram ich habe glaube ich vor anderthalb zwei jahren damit angefangen oder so und es kommen halt immer mehr platten firmen auf mich zu die möchten dass ich deren bands promote mittlerweile ist es sogar so dass mich privat bands anschreiben und mich fragen ob ich die vielleicht ein bisschen supporten kann ich mag das wort influenza nicht denn wenn ich dieses wort in den mund nehme dann kommen direkt bilder wie dougie b oder oder bibis beauty palace du hast noch nicht deine eigene collection was ist wie kann ich nur nee aber ich nenne mich so supporter oder sowas so würde ich mich bezeichnen ja okay okay und also das ist so eine frage die 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 nur wenn du willst und du machst noch eine ausbildung nebenbei willst du das sagen oder oder wollen wir da nicht drüber reden ist in ordnung also ich lerne bäckerei fachverkäuferin also den beruf den ich machen möchte den kann man nicht als ausbildung machen und mir war es sehr wichtig dass ich standhaft im leben bin und falls es mit dem beruf den ich irgendwann machen möchte nicht klappt dass ich dann wieder in einzelhandel gehen kann denn als fachverkäuferin kann man ja so gut wie alles machen und genau dass ich eben etwas in der hand habe genau okay cool möchtest du sagen was du machen willst wofür es keine ausbildung gibt also soweit ich das gehört habe kommt man da entweder nur durch vitamin b oder durch oder durch studieren rein und zwar möchte ich gerne in pr ich würde gerne zu einem platten label und da ein bisschen promotion machen und genau cool ja das kann ich das kann ich mir gut vorstellen also das ist also dann machst du ja eigentlich schon genau das richtige weil du 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 zeigst jetzt schon quasi den den leuten was du kannst und tust an sich das was du später machen wirst also ähnlich ähnlich ist es mit mir und und diesem diesem radio zeug was ich so mache also ich habe ja eine radiosendung wo ich eben auch bands spiele da können wir vielleicht sogar mal zusammenarbeiten genau also deswegen war es sehr schön dass du zeit hast für mich weil ich genauso wie du geht es mir auch so ich hasse dieses wort influenza das ist irgendwie ich möchte niemanden influenzen ich möchte einfach nur ich zeige das was was mir gefällt also in meiner radioshow kann ich halt spielen die musik die mir gefällt und das ist alles so zwischen dark pop dark wave bis zu industrial metal das ist so meine meine reichweite also ich mag auch noch fringes natürlich aber ich würde das hassen zu sagen dass ich dich influenzen will es ist einfach nur ich mal so ein bisschen vielleicht aus deiner bubble rauszuholen so könnte man das vielleicht nennen also ideen zu geben aber das ist das ist schon ziemlich wie bist du denn da so reingekommen in dieses band supporten wie hat das bei dir angefangen also ich hatte so wie jeder andere wahrscheinlich auch habe ich angefangen einfach mich selber zu posten mit band shirts und sowas und dann sind oktober promotion auf mich aufmerksam geworden und habe mich gefragt ob ich vielleicht für die arbeiten möchte was heißt arbeiten aber die haben mir dann angefangen irgendwelche bands vorzuschlagen und ob ich vielleicht werbung für die machen wollen würde dafür habe ich dann halt auch was bekommen ja und so fing das halt an und irgendwann habe ich dann jemanden kennengelernt der kennt eine firma da wurde ich dann eingeladen und dann habe ich mit dem chef ein bisschen geredet und ein paar wochen später war ich auf dem ersten festival eingeladen wo ich dann auch im backstage war und mit einer band ein interview gemacht habe und so kann das halt alles ich habe alles gepostet was ging also die ganzen konzerte habe ich ein bisschen aufgenommen interviews habe ich gemacht zum beispiel mit gotti thrones zusammen habe ich ein interview gemacht und irgendwann sind dann auch nuclear blast auf mich aufmerksam geworden weil ich eigentlich ein geburtstags special machen wollte und habe dann angefragt ob die irgendwie eine platte haben die ich verlosen kann zu meinem geburtstag und dann war erst mal funkstille danach bis die mich dann angeschrieben haben von wegen hey du hast ja mal eine platte von uns verlost das hat uns sehr gut gefallen hättest du vielleicht lust das öfter zu machen ja und so fing das alles an und das ist jetzt schon seit zwei jahren so dass das das läuft ja circa zwei jahre ja genau genau ich glaube das hat angefangen september oktober 2018 ich glaube die ersten bands die die erste band die supportet habe war manta und die zweite war immer fest genau cool also das sind schon schon große hausnummern auf jeden fall also für mich ist das immer schön du bist an sich genau dass du hast es einfach gemacht weißt du und und es ist dann daraus was geworden und und du hast ein ziel und du hast einen traum und auf den steuerst du zu und weil weißt du ich habe oftmals so das gefühl und da kommt vielleicht auch das schlechte mit diesen influencern her oder so dass eben manche nur die halten einfach nur ihr gesicht in die kamera und 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 jetzt bist du schon wieder weg hörst du mich noch hörst du mich hörst du mich hallo hallo ich verbinde noch mal neu hier da frag mich nicht warum das schon wieder abgebrochen ist es war schon wieder abgebrochen ich wohnst du wohnst du auf dem dorf nee oder also mitten in der innenstadt okay dann dann seltsam ja also ich meine was ist jetzt gerade also wir machen das hier am 28 ist jetzt die frage ob jetzt wahrscheinlich alle online sind und so und die leitung einfach ein bisschen schwächeln alle gucken netflix muss man mal raus schmeißen die leute was ich eigentlich sagen wollte ich weiß nicht wie viel davon angekommen ist du bist noch da ja okay ist genau viele leute wollen einfach die wollen einfach quasi sich berühmt sein oder oder irgendeinen status haben ohne irgendwas dafür zu tun und so und es ist also weil das ist nämlich jetzt nur eine frage die jetzt bei mir hochkommt wie viel zeit investierst du denn in diese ganzen promotion sachen weil du bist ziemlich aktiv ja also ich versuche so gut es geht alle zwei bis drei tage etwas zu posten und meine follower zu unterhalten dabei geht es mir nicht darum irgendwie berühmter zu werden oder sonst was auf gar keinen fall ich habe von anfang an gesagt ich poste das was ich möchte und ich habe mir nie erträumen können dass ich jetzt über 7000 follower habe das hätte ich mir nie erträumen können und ich habe halt einfach das gemacht was ich mag und darauf sind die leute aufmerksam geworden die wollten dann immer mehr sachen von mir hören was hörst du für lieblings was hast du für lieblingsbands was für musik hörst du was sind deine lieblings alben und so weiter und so fort und und es gibt wahrscheinlich sehr sehr viele leute da draußen die neidisch auf supporter wie mich sind und versuchen auf zwang irgendwas zu machen und jeden tag irgendwelche bilder hochzuladen und haben dann irgendwie im monat irgendwie keine ahnung zehn neue abonnenten und fragen sich warum das nicht klappt aber auf zwang klappt das nicht ich mache einfach so weiter wie ich das möchte und wenn ich im monat vielleicht nun 100 follower dazukriege es ist mir egal die follower oder die likes die interessieren mich nicht klar macht es mich ab und zu traurig wenn ich mir richtig mühe gegeben habe dass es vielleicht nur 300 likes werden anstelle von 1000 oder sowas aber das spielt in dem sinnen eigentlich keine rolle ich möchte den leuten zeigen was mir gefällt und wenn es denen gefällt dass die mir eine rückmeldung geben das ist das wichtigste mich genau dasselbe habe ich oft mit mit bands mit denen ich rede oder musikern das ist auch genau das mach das was du willst also was wo dein herz wirklich dahinter ist weil die leute merken auch wenn wenn du das quasi irgendwie wenn du dich nur anbietern willst oder das so ranwanzen oder irgendwas nur nur damit was da ist oder so das also das das merkt man dann auch also sind wir wieder bei dieser authentität 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 genau so heißt das wort ja also kann ich kann ich absolut unterschreiben weil ich meine das ist ja für mich jetzt so das interessante dass ich mit dir rede weil ich jetzt quasi auch ohne das zu wollen in so einer art ich bin auch eine art influenza halt ein bisschen anders wegen radio dj und ich mache ja auch musik und so also da bin ich auch da hinterher dass das ein bisschen was wird oder so aber eigentlich möchte ich so wie du ich möchte niemanden das aufs auge drücken und sagen hier du musst das jetzt follow und like und und subscribe und den ganzen scheiß wenn die das nicht wollen dann sollen sie es nicht machen also ich möchte dass die dass die genau dass das ernst ernsthaft bleibt also das ist irgendwie wenn sie das wirklich mögen dann schön weißte also dann dann so wie du gesagt dass da hast du mal einen schöneren beitrag gemacht und christ nicht so viele likes weil weil irgendwie ja dann dann waren halt nicht die leute aktiv die die das so interessiert das ist traurig aber so ist es halt das ist ja auch bei für musiker so du bist ja wahrscheinlich auch öfters auf konzerten und manchmal hast du ein super gig aber das publikum haut nicht so ganz hin oder aus irgendeinem grund oder so oder dir geht es gerade nicht so gut auf der bühne und du musst da jetzt einfach nur irgendwie durchkommen also egal ich wollte damit nur sagen ich bin da ganz deiner meinung sei du selbst soweit du das kannst man muss immer so ein bisschen auf als musiker hast du ja meistens auch irgendeine maske oder oder so oder eine persona die die aufgebaut hast das ist der grund warum ich jetzt hier mit meinen diesen video gesprächen angefangen habe weil ich einfach so hinter die masken gucken wollte von den von den musikern weil das sind ja meistens ja gerade so industriell du kennst du kennst ja nun viele bands ne die sind auf der bühne dann so helden metal und was weiß ich ne und dann backstage wenn du dann trifft dann sind die ach hallo das ist ja ganz und die freuen sich dann das sind auch ganz normale menschen die kochen auch noch mit wasser egal also da bin ich bin ich ganz deiner meinung wo du gerade davon gesprochen hast können wir das ja gleich mal gleich mal klären was sind denn deine lieblings bands und was ist denn deine lieblingsmusik naja also das ist wahrscheinlich jedem auf instagram klar der mir folgt dass meine lieblingsband cataclysm ist ja aber das ist halt mit dieser band das hat nicht unbedingt nur etwas mit musik zu tun denn der gitarrist hat mir in einer sehr schweren zeit geholfen als sonst niemand für mich da war war er für mich da er hat mir fast täglich geschrieben hat mich gefragt ob es mir besser geht und hat mich von etwas abgehalten was sehr sehr dumm gewesen wäre für mich ja ich bin ihm sehr dankbar dafür und dadurch sind bin ich nicht nur ihm sondern auch der ganzen band näher gekommen weil ich habe mich dann halt auch interessiert sind die anderen auch so und dann bin ich zu den meet and greets gegangen habt ihr näher kennengelernt und dann standen wir da teilweise drei stunden und waren drei stunden lang nur am quatschen und deswegen es ist nicht nur die musik es sind einfach die menschen dahinter so ein bisschen seelenverwandtschaft ja das hast du auch schon mal erzählt ich habe das ich habe meinen stream von dir gesehen da bin ich mit dabei gewesen und da hast du auch glaube ich davon schon mal erzählt du machst du machst auch streams ab und zu nicht so oft es war mal öfter aber kommt ab und zu mal vor was was waren denn jetzt so bisher so deine deine highlights also weil du hast ja schon erzählt ich meine ist jetzt immer gerade in der pandemie es wird dann irgendwann mal vorbei sein und dann geht das wieder los also da brauchen wir jetzt nicht drüber reden über was jetzt gerade ist aber du hattest ja glücklicherweise schon vor zwei jahren angefangen wo es noch nicht so schlimm war was waren denn so deine 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 starstruck moments also wo du wo du leute getroffen hast was was ja wurde einfach ein bisschen der star ist so fangirl moment oder so also auf jeden fall würde ich sagen das interview mit gotti throned dass das war auf jeden fall eine sehr sehr coole erfahrung ich muss dazu sagen weil ich so aufgeregt war habe ich angefangen alkohol zu trinken weil ich dachte es geht damit runter aber das war mein allererstes interview und ich hatte keinen plan von dem was ich sagen soll ich hatte zwar einen blog in der hand aber weil ich so aufgeregt war ist trotzdem alles verschwommen und deswegen habe ich gesagt weißt du was ich bin hier im metal ja scheiß auf den blog habe ich weggeworfen und habe einfach angefangen mit den jungs zu quatschen irgendwann habe ich gar nicht mehr darauf geguckt dass das war dann einfach so wie jetzt gerade wir haben uns nicht gekannt aber plötzlich war das wie in einem fluss dass wir nicht mehr aufhören konnten zu reden das war richtig sympathisch das war echt super und am ende haben sie dann noch alle unterschrieben auf einen kleinen zettel für mich und für meine beste freundin ich durfte auf dem bass von dem bassisten spielen weil ich bin ja selber bassistin ich bin auch bassist übrigens man sieht es jetzt gar nicht so im hintergrund da ist ein akustischer bass der andere ist im proberaum also der richtige elektronische und der schlagzeuge hat mir ein drumstick unterschrieben und hat darauf geschrieben dass es für mich ist und seitdem haben wir auch noch kontakt und die jungs hängen hier hinter mir alles autogramm karten von denen ja super noch in kontakt und sowas also der sänger zum beispiel der hat der baut besser und gitarren und wenn ich mit der ausbildung durch bin und ich mir das leisten kann hat er mir versprochen dass er mir einen eigenen bass baut cool also ein cast custom made quasi würdest du dann eher vierseiter oder fünfseiter oder sechsseiter wie verrückt wie verrückt bist du also am meisten macht es mir tatsächlich mit vierseiter spaß ich habe aber auch ein fünfseiter irgendein werde ich mir wahrscheinlich in fünfseiter machen lassen ich habe ich habe ein terabass ich weiß nicht ob dir das sagt das ist dieser dieser rammstein bass quasi das ist quasi der fünfseiter dem die hohe seite fehlt also der hat quasi die h seite h e a d ist die stimmung und das ist das ist ziemlich cool weil ich bin auch so der der ich bin ein bisschen stehen geblieben sagen wir mal so ich mag halt nur vier seiten das reicht mir aber dafür hast du halt eine h seite und da hast du halt richtig schön bumms also ich denke mal du wirst ja auch die deftigere musik hast du hast du eine band oder hast du ein projekt wo du mitspielst hatte ich mal ich habe mal angefangen in zwei bands zu spielen aber dann kam zwischenprüfung und das war mir dann wichtiger als in einer band zu spielen und deswegen ich meine ich bin 20 ich bin noch jung und da draußen wartet noch eine große welt auf mich und vielleicht ergibt sich ja irgendwas ich glaube ich glaube auch also ich weiß es nicht in welcher stadt du wohnst sagst auch nicht aber da wird sich auf jeden fall ich meine jetzt ist gerade pandemie ist übrigens witzig dass das bandprojekt was ich habe da habe ich jetzt auch eine 20 jährige bassistin also es ist fast es passt ganz gut die die hat eigentlich keyboard gespielt wollte aber zum bass wechseln und und fängt jetzt halt an bass zu spielen und für das was wir so wir machen ja mehr so gothic und und also mehr so simplere sachen was 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 würdest du für musik machen wollen wenn du wenn du es dir aussuchen könntest also wenn ich mir das aussuchen könnte hätte ich gerne zwei bands in der musik richtung in der ich mich am wohlsten fühle und einmal hard rock weil mit hard rock bin ich aufgewachsen da würde mein vater auch auf ein konzert hin weil death metal eher weniger es würde auch mein opa stolz machen weil mein opa auch ein alt rocker ist der hat mir auch zum beispiel durch ihn bin ich halt zum bass gekommen denn da war ich wie alt war ich da ich glaube ich war 17 da hat er gesagt lena ich habe einen bass ich habe ein amp aber ich komme damit nicht klar hast du lust mal das auszuprobieren und ich stand da ja klar immer her hier ja und dann habe ich einfach versucht was zu spielen ich habe mir tabs rausgesucht habe angefangen zu spielen es hat funktioniert dann habe ich die habe ich die geschwindigkeit runter gedreht und so wurde das immer besser ich habe einfach durch tabs gelernt also du hast auch keine du kannst keine noten sondern hast du wirklich eben noten lesen konnte ich tatsächlich mal weil ich im chor war das ist schon sehr lange her da war ich in der fünften klasse da war ich im chor und wir mussten noten lesen und dann war ich in einem musical die hauptrolle also mit die hauptrolle es gab mehrere hauptrollen dass wir haben halt das all gespielt und ich war das schwarze loch du hast eine sehr hohe anziehungskraft als schwarzes loch okay also quasi würdest würdest du eine eine band haben um deine um deine familie stolz zu machen und eine band um da richtig die sau raus zu lassen nicht nur um meine familie glücklich und stolz zu machen ich finde einfach hard rock ist so ein genre da gehen die fans richtig ab ich war zum beispiel bei monster truck und bei royal task und das war auch durch eine kooperation war die vorband von monster truck und monster truck kenne ich von 2016 als vorband von nickelback okay das war auch zum beispiel mein erstes konzert nickelback mit monster truck 2016 denn allererstes konzert ein allererstes konzert ja da hast du ja gleich gut angefangen ist tatsächlich eine meiner lieblings bands okay okay ich bin ich weiß gar nicht wie ich so nickelback also ich weiß da gibt es so ein paar kontroversen und so und dann wird vorgeworfen dass die immer dasselbe machen und der sänger hat irgendwie so one one note also quasi kann er nur singen ich weiß gar nicht so richtig die kommen in mein radar nicht vor weißt du also das ist so in meiner bubble gibt es die nicht ich höre das immer nur wenn ich so in den mainstream reingehe ich kann es dir nicht ich habe mal ich habe einfach kinderische meinung dazu also ich finde das nicht schlecht was die machen dieses eine was ich da kenne hier was was die bei dem spider-man-film da gespielt ist schon eine weile her und so du siehst ich bin nicht mehr ganz up to date da die haben sicherlich schon viel mehr rausgebracht sieben alben haben die jetzt deswegen deswegen würde ich mich da jetzt lieber zurück also die die kommen halt in meiner in meiner welt kommen die gar nicht vor so richtig muss ich muss ich verstehen ich habe nur so aber also wo ich dir aber beipflichten kann ist mit dem mit dem hardrock was ich cool finde also eine richtig coole rock band was ich geil finde ist einfach wenn die wenn die leute die richtigen rocker die haben ich sage es mal ohne die jetzt zu nahe zu reden aber die haben die eier die in der hose einfach mal auf dem riff für eine minute stehen zu bleiben und das riff runter zu rocken und dass das finde ich ziemlich cool wenn du einfach nur weil in vielen anderen genres wenn du hier so djent und den ganzen kram oder progressive oder so hast dann wird alle alle sieben sekunden wird der rhythmus geändert und das und das und das und was ich geil finde ich bin auch mehr so ein simpler typ ist wenn wenn du einen coolen rock song hast dann erlaubt den doch einfach mal zu atmen und und luft zu kriegen was und einfach mal auf diesen riff drauf zu bleiben das ist so für mich ist das so old school aber das ist einfach geil und gerade live wirst du mir sicherlich beipflichten können ist das da wo wo der bär steppt weil weil das eben einfach zündet das zeug und nicht hier bei djent und progressive alle alle sieben achtel takte dingens da und so alles gut das ist für mich für mich ist das hardcore jazz quasi also das ist für mich ja zu anstrengend sorry das war das ist meine persönliche meinung ich bin da deiner meinung ja deswegen ist das auch nicht unbedingt mein fall also ich habe mal in einer rockband gespielt ich bin ja auch besser wie gesagt und so und das war das war super geil wenn du da einfach nur und da muss gar nicht so viel da sein wenn einfach das schlagzeug richtig scheppert und und alle sind im groove dann dann ist es einfach dann ist es einfach geil einfach rockenroll und wie die fans dann dabei abgehen und die können zeile für zeile mitsingen oder wenn du zum beispiel rock balladen oder sowas hast du dann auf der bühne stehst oder sowas ich stelle mir das super vor ich meine ich kenne das dass ich wollte ich gerade fragen gestand auch schon auf der bühne oder also ja so als als ich beim musical gespielt habe da ja aber als sängerin und nicht als bassistin als bassistin stand ich noch nicht auf der bühne das letzte mal sich auf einer bühne stand und gesungen habt das ist halt zehn jahre her das ist schon das ist schon eine ecke das ist quasi dadurch dass du 20 bist ist das schon ein halbes leben her okay nee aber an sich ich meine das werden deine eltern sehr gerne hören du hast erst mal die prioritäten anders gesetzt weil ich kenne das von mir ich bin ich bin schon ich bin doppelt so alt wie du und ich war eben auch so ich war verrückt ich habe in punk bands gespielt ich habe überall und so und für mich war das das wichtigere und ich hätte mich vielleicht auf andere sachen eher konzentrieren sollen also du bist da schon ein bisschen cleverer offensichtlich also richtig deine eltern können stolz sein alles richtig gemacht genau und die und die andere band wäre quasi dann richtig hier death metal death metal ja also schon so in richtung cataclysm könnte aber auch in richtung orthopsy gehen finde ich auch nicht schlecht ja aber was ich gerne höre was ich mir aber selber als band nicht vorstellen könnte ist black metal ich gehe auch gerne so in die black metal schiene rein so gut einige bands die ich höre haben auch ein paar death einflüsse also death metal einflüsse mag jeder sehen wir dass wir das handhaben wie er das sieht ich meine es gibt so viele genres die von anderen leuten dann anders betitelt werden als sie eigentlich sind weil sie es anders sehen ich höre zum beispiel sehr gerne rotting christ oder dark funeral höre ich sehr gerne solche bands eben ansonsten der weg einer freiheit das ist sehr umstritten das thema einige lieben die einige hassen die aber es ist nicht nur die musik sondern wenn man auf ein konzert geht das ist eine super tolle atmosphäre wenn überall plötzlich der nebel auftaucht und dann hat man dieses dieses logo von finister oder wie auch immer das ausgesprochen wird dieses album das ist dann der 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 person ist jetzt mikrofon ständer und wenn dann überall nebel ist und nur der angeleuchtet wird das sieht so granios aus und dann fangen die instrumente an und dann knallt der sänger ordentlich rein oder das ist ich finde das super ja dass das finde ich richtig schön die die kenne ich leider gar nicht aber aber rotting kreis kenne ich da hatte ich sogar ich glaube da hatten wir sogar eine eine übereinstimmung mit so mit einem song den ich total geil finde von denen der tue ich auch immer mal in meine playliste rein komme ich aber gerade nicht drauf wie der heißt weil du das jetzt gerade so angesprochen hast da muss ich gestehen also ähnlich wie mit dem thema influenza finde ich das eigentlich fast ein bisschen doof dass gerade so im metal und death metal oder so dass es da so diese true gibt also das eine ist das ein okay ich glaube das immer auf das dann brauchen wir gar nicht weiter drüber reden weil ich finde das also auf der ein ich habe da für mich ist es ein zweischneidiges schwert ja auf der einen seite ist es für mich wichtig als dj dass ich so ein bisschen eingrenzen kann was ich haben möchte und was nicht also dass ich einfach weil da du weißt selber heute kann jeder auf seinem handy irgendwas zusammenrühren und und dann über distributor nach spotify schicken und und schickt das dann rum also ist leider so ist ist das positive und das negative also das positive ist du brauchst kein label um um heute dich zu verwirklichen und und dass leute dich hören können das negative ist jeder kann das und das muss nicht gut sein und ich wollte das nur daher leiten deswegen finde ich es wichtig also ich brauche quasi so ein bisschen eine kleine barriere dass ich nicht zu viel kriege weißt du sonst kommst du so eine so eine lawine an an zeugs rein weil ähnlich wie wahrscheinlich bei dir jetzt dass sich da bands anschreiben kommt bei mir natürlich dann auch kannst du mal den song spielen und das und das und so also und ich bin auch bei sub mit habe angemeldet ich weiß nicht ob du das kennst das wirst du wahrscheinlich nicht kennen das ist eher für 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 bands da können die eben quasi ihre sachen gezielt an leute schicken also da meldest du dich an und sagst halt ich bin hier eine radiostation oder dj und dann schicken die die sachen zu und da musst du halt so ein bisschen aussortieren aussieben weil sonst wird es zu viel und da sehe ich den vorteil an labels aber an sich finde ich das auch ziemlich doof weil gerade in der musik ist es ja für mich ist das eine große spielwiese ist du kannst in jede richtung rennen und das ist alles okay es gibt kein richtig und kein falsch in musik also das meine meine einstellung es gibt nur es gefällt dir oder es gefällt dir nicht aber das 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 ist alles also das heißt jetzt nicht dass es gut oder schlecht ist oder wie wie immer man das bewerten will man kann sich schlecht mixen und mastern und so das ist noch eine ganz andere geschichte aber was ich eigentlich sagen will ist es gibt musik wenn sie dir gefällt ist alles richtig mehr mehr brauchst du nicht und so und da ist es eigentlich egal was du da für ein label drauf drückst und ja also andererseits gibt es garantiert sicherlich auch ein paar sachen die du jetzt nicht dir suchen würdest ja also bei mir ist es zum beispiel r&b ist überhaupt nichts für mich oder so ich habe auch schon power metal echt das finde ich schon das finde ich schon fast wieder witzig also wenn so quasi für mich ist es so dieser helden metal power metal ist doch hier manowar und so sind das ist das power metal genau 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 weil das für mich ist das schon wieder so besser das sind die jungs in spandex und we are the masters und wie war der song von denen wir the warriors the warriors of the world und so das ist das ist so das ist sowas von von keine ahnung die sind so in den 80ern stehen geblieben das ist super also ich finde das witzig es ist anachronistisch aber du hast schon recht das ist mehr für mich witzig auf der schiene wie hier wie heißen die james blast orchester hier jbo so in die richtung weißt du kannst nicht richtig ernst nehmen weil das also bei power metal und mir ist das halt mit das problem ich mag es sehr gerne dass man hört dass die musiker ahnung vom instrument haben aber mir gefällt die stimme nicht ach so weil meistens so hoch oder so ja genau und diese hohe stimme mit diesem mit mit den instrumenten zusammen dass das funktioniert bei mir nicht dass das finde ich finde ich persönlich nicht schön ich weiß dass sehr sehr viele so was sehr sehr gerne mögen vor allem auch im alltag sowas zu hören weil es entspannter für sie ist aber für mich ist es nichts wenn ich irgendwie mal auf einem konzert bin oder so und dass das da ist irgendwie eine power metal als vorband meinetwegen bin ich dabei kann auch gerne mal spaß machen aber das muss jetzt nicht irgendwie in meiner favoriten playlist sein dass ich mir dann da irgendwie diese hohen gesänge anhören muss das ist nicht meins nee ich glaube du hast auch gerade einen guten punkt gebracht so geht es mir nämlich auch für mich gibt es auch immer noch einen großen unterschied zwischen also da bin ich ganz bei dir ich würde mir das jetzt nicht freiwillig anhören aber wenn ich irgendwie vorbeikomme beim festival und die spielen gerade und und die energie ist da dann gehe ich trotzdem mit also das ist für mich auch was ich würde mir freiwillig kein reggae anhören oder es gar das ist nicht mein ding aber wenn die spielen würden und ich komme da vorbei und das ist eine gute live performance dann gehe ich trotzdem mit also das ist für mich immer noch das ist einfach nur für mich ein unterschied weil live ist vieles was ich mir in der konserve nicht anhören würde ziemlich geil wenn die leute einfach das immer wieder bei dem punkt hier authentizität wenn die dahinter stehen und wenn du merkst dass die leben das und das ist den ihr ding dann 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 kommt da mehr als nur musik da kommt auch die energie mit da muss ich dir nicht sagen du bist ja naja du bist schon auf einigen konzerten gewesen wo du das gerade gesagt hast da fällt mir nur auf ich mag death metal sehr mein problem ist die stimme ich mag es über als ich mag einen klaren gesang also ich mag also was ist so wenn wir jetzt hier metallica oder so also dass du hörst dass du verstehst was da gesungen wird weil für mich ist das viel so wie soll ich sagen quasi die weiterleit weiterwerdung des punk das ist eben so das sind halt jungs die die einfach so die wollen halt ihr das böse rauslassen und 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 so und dann so und und ich ich finde das okay für eins zwei lieder weißt du wenn du das als als stilistisches mittel benutzt aber wenn das immer ist dann ist es so dann dann wird es belangloser dann wird es so ein bisschen gleichmäßiger verstehst was ich meine da hast du so die 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 flatline und 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 das ja dass das ist so mein ich mag die mucke total sehr aber dass das immer das immer wieder bei diesen true dass das immer so dass es immer so dieses crowling sein muss damit das true ist das nervt mich dann das ist dann irgendwie so warum warum diese scheuklappen aufsetzen weißt du du kennst ja wahrscheinlich auch paradise lost und so und die sind ja von ganz weit da drüben nach pop gegangen und und wieder hin und also da ist das pendeln ein paar mal hin und her geschwungen und so aber das finde ich einfach cool also dass die quasi jede platte mal was neues gemacht haben oder noch noch wie gesagt ich bin ein bisschen älter fate no more mit denen bin ich groß geworden da war ja das war crossover das war was ganz neues damals dass jedes lied anders geklungen hat und so dass die hatten quasi richtig heavy song und dann wieder ein pop song und das fand ich super dass man das einfach machen konnte und das ist bei mir das ist nur meine perspektive du darfst gleich mich wieder abschießen oder so dass eben death metal da hast du viel dieses true drin drin dass es eben so klingen muss damit das eben death metal ist weil sonst ist es kein true death metal wenn der nicht krawelt und wenn das nicht so ist also für mich persönlich ist das so mich entspannt das tatsächlich okay also wenn ich das zu hause höre gleich würde es auch wenn ich unterwegs bin aber vor allem zu hause lege ich dann meine platte auf also ich höre lieber über platte als über cd oder sowas das ist es ist einfach da brauchen wir nicht überreden das ist ja nadel auflegen das ist so wird das kleine knacken ja das ist das ist was das ist ja das ist gänsehaut also okay erzähl weiter wenn ich das dann auflege und dann zu hause hier am abgehen bin während ich dann irgendwie den haushalt mache oder so dann fühle ich mich wie auf ein konzert dann fühle ich mich so als ob die ganzen leute um mich herum wären die dann gleich ein mosh pit anfangen oder ein circle pit und das macht mich glücklich einfach dieser gedanke dass dass wir so eine große familie sind einige würden sagen das ist keine familie aber ich zum beispiel habe ein großes problem mit menschenmengen aber wenn ich auf einem konzert oder auf einem festival bin ich habe mich noch nie wohler gefühlt das ist einfach für mich diese sicherheit für mich bedeutet metal sicherheit und vertrauen deswegen komme ich nicht so gut mit metalcore klar ich war zwei dreimal auf metalcore konzert und da wurde ständig jemand getreten es gab keine entschuldigung wenn man crowdsurfen wollte ist man nach zwei sekunden wieder runtergefallen weil die leute nicht aufgepasst haben oder sonst was im death metal im thrash metal gibt es sowas nicht die leute passen aufeinander auf wenn jemand auf dem boden liegt bleiben alle leute so lange stehen bis diese person wieder oben ist das bedeutet für mich vertrauen und sicherheit und das ist familie für mich und da fühle ich mich wohl ich war im märz diesen jahres war ich bei amity affliction mit biertuch und ich mag die musik von biertuch eigentlich ganz gerne es gibt ein paar lieder die mag ich nicht so gerne aber es gibt auch wieder die ich gerne mag aber die crowd gefällt mir gar nicht also da wurde nur getreten und wurde null rücksicht aufeinander genommen und da musste ich auch später nach hinten gehen weil ich das nicht mehr ausgehalten habe vorne also ich bin so ein typ ich bin entweder eine ersten reihe um die musik zu genießen oder ich bin im circle pit und ich musste dann aber nach hinten gehen bei der hälfte der show weil mir so doll in die seite getreten wurde dass ich kaum noch luft bekommen habe und das nee weiß ich nicht also klar einige würden jetzt sagen von wegen damit musst du rechnen wenn du auf metal konzert also finde ich finde ich überhaupt nicht also damit sollte man nicht rechnen man sollte nicht damit rechnen dass man zusammengetreten wird weil man die musik also nee also das kann ich überhaupt nicht ich habe früher mal einer kreinkor band gespielt und das waren super auftritte das hat echt spaß gemacht die musik war scheiße aber es war ein der crowd die waren die haben total aufeinander aufgepasst und du kannst dir vorstellen also kreinkor ist ja wirklich was ganz extrem ist die sind abgegangen ohne ende aber die haben alle aufeinander aufgepasst also das ist zwar passiert dass die dann auf die bühne gesprungen sind und uns herumgeschubbt haben und so dass aber das war eigentlich eher cool aber nee also das kann ich an sich nur bestätigen dass also bei den konzerten wo ich war haben die sehr aufeinander geachtet und so ich kann mich daran erinnern eine freundin von mir hat mir mal erzählt die ist dann irgendwann nicht mehr zum metal konzerten gegangen weil du das jetzt gerade gesagt hast weil die ja auch gerne so krautsurfing gemacht ja da wäre ich immer von allen leuten angequatscht angekrapscht und so das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen ich bin ein halben mann okay dann dann keine ahnung dann war sie wahrscheinlich auf den falschen ja sie hat gesagt die geht die geht da nicht mehr hin du hast aber was okay du hast noch was anderes gesagt was ich sehr interessant finde weil das ist so ein kleiner anachronismus den den du als als junge person quasi hast weil ich unterhalte mich ja mit vielen bands und es ist eigentlich heutzutage fast bei allen so dass quasi nur noch so singles zählen und du scheinst es aber genau das gegenteil zu machen du nimmst die platte und legst die platte auf und hörst dir die platte an da bist du da bist du was ganz seltenes weil heute das kommt eben weil ich auch noch so ein bisschen spotify playlist kurator bin und so da hast du quasi für 14 tage bist du in meiner playliste drin und dann nehme ich natürlich nur ein song oder nämlich den song der mir am besten gefällt und ich habe nicht die zeit mir dein ganzes album anzuhören weil das kommt öfters vor dann hier ist das ganze album und kannst schon mal pri hören und irgendwie so und ich so junge gib mir mal ein zwei songs die du denkst die gut passen und die höre ich mir dann an aber ich habe nicht die zeit mein ganzes album anzuhören gestern habe ich mit einer band gesprochen so was wie tiamat wo wo die ich weiß nicht mehr wieder wie das heißt aber wo die am anfang einfach nur vogelgezwitscher und ein bisschen akustik gitarre also wo das wo das ganze weile dauert bis das überhaupt losgeht das ding das würde heute gar nicht mehr auf spotify funktionieren weil dann hättest du quasi keine ahnung das ding ist 17 minuten da hättest du ein play die die ganzen rapper die machen meistens nur 1 50 songs eine minute 50 damit ganz viele place kriegen und so also was du halt gesagt hast ist halt etwas was mir hoffnung gibt weil du bist jung und du machst es anders so kenne ich das so bin ich ja auch aufgewachsen weißt du so war das früher da hast du halt eine platte gehabt und du hast du von vorne bis hinten gehört und du hast dich hingesetzt du hast dich vor dein stereo gesetzt und dazu gehört heute ist es quasi nach 20 sekunden gefällt dir nicht es gibt weiter zack 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 also ich denke du bist auch online unterwegs also du wirst das kennen aber es ist einfach schön zu sehen dass das ist auch anders geht also dass du dir dass du dir die zeit nimmst weil das machen nicht mehr viele nee aber gestern zum beispiel da bin ich um war dass ich glaube um halb eins bin ich von einem kumpel losgefahren und war dann glaube ich kurz vor zwei oder sowas zu hause und da habe ich auch dass die die neueste ep von my dying bride habe ich vorne bis hinten komplett durchgehört weil mich interessiert das einfach genauso bei karak angrin da weiß ich dass die halt geschichten in ihren alben erzählen und da kann ich nicht einfach mittendrin ein lied anhören und dann dann wundere ich mich ja wie wie seine mutter ausgestorben so was zum beispiel da muss ich wirklich von vorne bis hinten die alben anhören um die geschichte dazu zu verstehen auf konzerten ist es bei denen genauso dass die zum beispiel gut manchmal mischen die ein paar bekanntere lieder mit da mit rein aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe ich war auf zwei konzerten von denen haben die meistens nur ein einziges album genommen und haben das performt der sänger zum beispiel der macht seine masken selber und kommt dann nach einem lied mit einem ganz anderen kostüm wieder auf die bühne und performt dieses lied dann dann kommt er nach diesem lied wieder mit einem komplett anderen look nach vorne gut meistens hat er eine lederhose an und hat natürlich sein korps paint aber dann hat er vielleicht mal eine krone auf oder hat vielleicht dann mal eine maske auf hat einen anderen stock in der hand und läuft dann von a nach b und das sieht dann aus wie im musical so performt ihre konzerte und ich finde das so faszinierend und deswegen höre ich auch gerne platte weil ich von vorne bis hinten hören möchte was die zu sagen haben ich bin also ich bin fasziniert ich bin bin hoch erfreut dass das das so ist weil das ist eigentlich traurig was ja früher gab es das einfach da gab es ein intro und dann ging halt die geschichte los oder ein roter faden hat sich eben durch die lieder gewoben und dann war es gab es ein outro und das das ist aber also jetzt weiß du wenn ich da mich jetzt selbst reflektiere bin ich fast ein bisschen schockiert weil ich gebe den meisten bands mit denen ich rede dann eben auch so die advice oder oder die die wie sagt man das auf deutsch jetzt komme ich gar nicht darauf advice du weißt was ich meine die die rekommende auch englisch recommendation die die vor ja den vorschlag zu sagen ja macht das lieber so jeden monat oder alle zwei monate in single weil dann werden eure follower die werden dann informiert und das kommt dann im im release radar hoch und so und dann könnt ihr das einreichen bei playlist kuratoren und und so kram also du 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 reflektierst mir gerade dass ich eigentlich schon so sehr gefangen bin in diesen in diesen ich will es nicht sagen falschen denken aber in diesem neu denken oder oder so dass das eben quasi musik mehr ein produkt ist weil du es offensichtlich mehr als als kunst auch vielleicht produkt siehst aber aber halt als als gesamt kunstwerk das ist der unterschied die die meisten leute nehmen sich halt irgendwie die kleine bits und pieces da raus und das lied gefällt mir das nicht mehr und so und bauen da sich ihre playlisten zusammen und du du guckst halt nach dem ganzen oberbau also wo das eigentlich her kommt und kannst dann dadurch eben auch besser herleiten warum dieses sieht jetzt so ist und nicht so also weil die aufeinander aufbauen also finde ich einfach nur sehr schön und faszinierend dass dass ein junges mädchen wie du das wertschätzen kann aber ich glaube das ist so meine meinung da kannst du ja auch gleich mal deine dein senf dazugeben das ist vor allen dingen noch im metal so metal und vielleicht hardrock oder so dass da hast du einfach loyalere leute die sowas noch machen weil so im normalen dingen hast du also in dem in der welt in der ich mich noch so bewege radio dj ne also das ist nie vorgekommen dass ich mein ganzes album gespielt habe also vielleicht über über zehn wochen jede jede woche ein lied oder so das kommt vor dass ich dann irgendwie eine band die ich richtig toll finde aber da mache ich es eben gerade andersrum weil ich denen eben helfen will dass dass die dass die mehr gehört werden tue ich die halt quasi jede woche mit in meine in meine sendung mit rein dass ich jede woche und jetzt kommt die band und da 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 und ganz toll und bla 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 aber so ein ding von vorne bis hinten spielen das würde ich mir gar nicht mehr trauen nee dass das mögen viele auch gar nicht mehr so wenn ich mir zum beispiel auch die charts anhöre also ich habe das vor allem wenn ich mit einer meiner engsten freundinnen mit der ich schon lange in kontakt stehe wenn ich mit ihr zum beispiel einen tag verbringen sie hört zum beispiel gar kein metal das härteste was sie hört sind die ärzte und sonst hört sie sowas wie 187 oder kontra k oder den ganzen kram oder das was in den charts läuft und da merke ich auch zum beispiel wenn ich sage so ja wer ist denn das ja keine ahnung ich mag das lied einfach oder zum beispiel ja was hörst du für musik ja das was in den charts läuft hast du vielleicht ein paar tipps für mich so ja keine ahnung wie die heißen ich mache einfach eine playlist an und dann sind da ein paar gute lieder drin das finde ich traurig dass die leute keine ahnung nicht mehr wissen wie die leute heißen ob die vielleicht noch andere alben haben oder sonst was ich meine wenn ich mich für eine band interessiere möchte ich nicht nur dieses eine lied hören sondern möchte wissen ob die noch andere gute alben haben oder sonst was und möchte wenn ich mir dann ein paar alben gefallen dadurch entscheide ich ob ich auf das konzert von denen gehen möchte und nicht nur wegen einem lied was ich mal am radio gehört habe da möchte ich mir auch gerne mit denen beschäftigen klar kann ich mich jetzt nicht so doll damit beschäftigen dass ich von jeder band die ich höre oder kenne oder mal live gesehen habe den vor und nachnamen jedes mitglieds kenne das verlangt ja auch keiner also aber irgendwie so die grundfakten zum beispiel keine ahnung was ist dein lieblingsalbum von der und der band damit ich auch mal mitreden kann oder sowas oder zumindest ein lied nennen kann klar es gibt auch mal ein paar schwierigkeiten wo man sich den namen nicht merken kann aber dann geht man kurz in seine spotify playlist und sagt da dieses lied höre ich richtig gerne und dazu das album habe ich zu hause sowas zum beispiel das finde ich zum beispiel super aber irgendwie dass man dann in den charts ein lied hört und von dieser person dann nie wieder was hört oder sich diese person anhört wie zehn andere es wird halt so so gefällig hat das ist einfach so wie wie ein wegwerf produkt es ist es schwebt an dir vorbei und eigentlich wenn man dann wenn man das jetzt wenn man musik richtig ernst nimmt dann ist das ja eine art von kunst also ich will es jetzt nicht zu sehr hypen und in den himmel heben weil es gehört auch handwerkslich handwerks kunst mit dazu und alles aber eigentlich ist es ein kunstwerk und wenn du das nur so und kunst für mich das ist so mein verständnis ist halt das sollte ich auch berühren das heißt auch es kann dich negativ berühren dass du sagst das ist ja voll scheiße aber da hast du wenigstens reaktion oder es gefällt dir eben so gut dass es dich voll mitnimmt und dann hast du natürlich auch eine positiv das schlimmste bei kunst ist es so auch ja naja also es tut nicht weh es juckt nicht fahrstuhlmusik das ist irgendwas was da so dudelt und so was was quasi da rein und da wieder raus geht das das ist das das ist nicht das was ich will also du willst irgendwie dass es schon hängen bleibt und im besten fall natürlich positiv aber dann lieber auch eher negativ als dass es überhaupt keine reaktion hervorruft dass das ist so so wie ich das halt sehr als als kunst und deswegen ist das was deine freundin sagt eigentlich das ist nicht das ist nicht den anspruch den den die meisten musiker haben dass es eben einfach hängen bleibt also die 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 richtige gute musik die sie scheinbar nicht gefunden hat jeder hat ja auch anderen geschmack die würde der in erinnerung bleiben dass das ist so meine these ja das stimmt allerdings also mich werden mich fragen auch sehr sehr viele von meinen followern von wegen ja lena du hattest letztens irgendwie was anderes in deiner story was nichts mit metal zu tun hat hörst du auch andere sachen sage ich ja klar höre ich auch andere sachen so ne also mein leben besteht nicht nur aus metal oh mein gott ich meine zum beispiel meine stiefmutter ist dunkelhäutig sie hört musik aus ihrem land sowas zum beispiel auf swaheli oder was weiß ich musik aus ghana oder sonst was oder ab und zu wenn mich das wirklich berührt es gibt tatsächlich einige rapper wo mich dieser text einfach berührt ich weiß zum beispiel dass kontra k sehr gute texte schreibt mir muss nicht unbedingt seine musik gefallen aber die texte die berühren ein oder sdp zum beispiel war ich 2017 auf ein konzert mit meiner freundin von der ich eben gerade geredet habe und die haben so texte die höre ich mir gerne an wenn ich mal traurig bin oder sonst was oder ich höre sehr gerne 80er 70er 90er modern talking blue system finde ich das finde ich geil finde ich super geil muss ich muss ich gestehen also kann mir auch outen ich bin auch wirklich also ich bin großer eurythmics fan also das ist auch geile musik und so na gut das ist halt aber auch die die zeit wo ich so groß geworden bin das ist so für mich ist das sehr prägend gewesen und ja also aber das ist genau also ich glaube da sind wir uns wirklich sehr ähnlich keine scheuklappen also ich spiele ganz ganz selten rap bei mir also weil ich auch ganz wenig davon kriege weil ich das auch gar nicht so haben will aber es kommt vor dass ich auch ein rap song geil finde und dann dann muss ich den spielen also wenn er mir gefällt dann wird er gespielt also da habe ich jetzt keine 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 oh das ist nicht true zu was auch immer ich jetzt darstelle oder so das finde ich totaler schwachsinn aber es kommt selten vor muss ich gestehen es ist nicht so mein ding weil weil da ist viel dieses gemache was mir nicht so gefällt also ich meine bei death metal hast natürlich auch immer den den harten mann und all das ne aber du kennst die leute dahinter und und beim bei bei rap hast du halt viel so dieses auf dicke hose keine ahnung was die da alles ja das ist so so und dann immer die dicken autos die dicken ketten und so das ist so klischee dass das ist das gibt mir echt irgendwie ich meine es gibt mittlerweile kein lied im deutsch rap mehr oder kaum ein lied im deutsch rap wo es nicht um vögeln oder drogen geht oder oder um mercedes es gibt kaum noch ein lied was nicht darüber handelt ja und das ist also was ist das ist doch an sich auch ein bisschen traurig in was für einer welt die so hängen geblieben sind also dass wenn wenn das denen ihre bubble ist und so also jetzt jetzt fragte ich doch mal ich meine es gibt so da muss ich mich weiter der grund warum shakespeare immer noch gespielt ist ist wird ist weil der quasi themen aufgenommen hat die universell sind die die menschheit immer wieder aufregen und so und deswegen ist es absolut okay dass es immer wieder neue liebeslieder gibt und wieder neue sachen hier punk bands die sich die seele aus dem haushalt schreien weil das ist ungerecht und das ist weil das ist so dass das es wird immer solche sachen geben aber jetzt so wie ich rap sehe also ähnlich wie du ist so wie wie viel kannst du denn darüber schreiben dass du so viel geld hast und dass du ja mit diesel dicken booty und da 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 und und so viele frauen hast du flachgelegt und so irgendwie junge also entweder bist du so ne also hast du da was zu kompensieren oder oder du bist wirklich so so langweilig dass du keine dass du nicht auf andere themen kommst oder so also das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei bei true death metal oder so die die müssen das machen damit die true sind und das ist cool und für kleine jungs die finden das auch ganz toll weil die können dann mal ihre schwester bitch nennen und und kriegen dafür vielleicht fangen dafür vielleicht eine oder so und und dann sind sie die die true rebels oder was weiß ich das ist so das ist so für mich ist das so kinderkram weißt du so irgendwie das ist kindergarten das ist immer dasselbe und auch jungs das ist laufen die auch alle gleich rum wenn ich zum beispiel auf die straße gehe jeder 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 junge hat die gleiche kurz haar frisur hat eine bauchtasche um und um den ja genau das finde ich übrigens super super witzig das ist so meine das hat jetzt nichts mit musik zu tun aber an sich ist doch unsere gesellschaft in der wir leben jeder möchte hoch individuell sein und möchte eben sein stil haben und ganz individuell und was weiß ich auch immer ne und dann sehen die alle gleich aus für mich ist das genau dasselbe ding wie wenn ich einen punk erkenne dass er ein punk ist dann hat er was falsch gemacht weil dann trägt er nämlich eine uniform und ich erkenne sofort da der hat ein iro und der hat hier die lederjacke und der hat eine und dann ist ein punk weißt du und so und wenn ich sehe dass der sich uniformiert damit er ein punk ist dann hat der punk nicht verstanden meiner meinung nach weißt du dann ist er nämlich nicht individuell und und so sind die ganzen jungs die sind alle so gleichgeschalten und merken gar nicht wie die so konform irgendwelchen sachen hinterher laufen weil die werbung die so im griff hat dass das die gar nicht für sich selber denken können ich sehe bei dir guck mal du hast heute hier ich sehe den pullover den du anhast da sind die beatles drauf ist super geil weil das ist genau das was die leute nicht erwarten würden aber die beatles sind nun mal super geil also da gibt es da geht da geht es nicht dran vorbei also ist einfach eins meiner lieblingslieder ist ich komme jetzt nicht auf den namen scheiße das geht mit dem bass los ich weiß welches du meinst aber bei einigen liedern bin ich echt ja aber egal du weißt was ich meine ist egal ich wollte damit nur sagen du konterkarierst das jetzt gerade quasi das bei dir würde man jetzt denken also die wird jetzt ja metal aufgetakelt und bracelet und netten und was weiß ich da noch alles kommen würde ne aber nein du brichst quasi den stereotypen und und dadurch bist du authentischer als die leute die oh das muss jetzt so wie du gesagt hast die haben alle denselben haarschnitt ja junge wie individuell ist das denn wenn du genau so aussiehst wie jeder andere auch für mich ist es auch witzig wenn ich wenn ich durch stadt wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein durch die stadt gehe okay jetzt ist gerade nicht so viel los aber da siehst du so die die rentner geschwader die alle so mit ihren ihren beigen jacken ihren beigen die sehen alle gleich aus und so das irgendwie so wo ist denn da die individualität weißt du das ist das was ich ja bei mir auf der arbeit wie gleich meine kunden alle aussehen du hast du hast ja du bist ja ein vorderster front da finde ich da finde ich schon fast also das ist dann auch schon wieder kann man sagen traurig aber das finde ich dann schon fast wieder cool wenn dann irgendwelche omis die hast du garantiert auch schon gesehen die dann diesen jungkult hinterher laufen die sich dann so auftakeln wie die wie die jungen mädels aussehen und und so am besten noch aufgespritzte lippen und den ganzen kram das finde ich dann schon fast cooler weil die wenigstens rausstechen aus dieser aus diesen einheitsbrei aus beigen klettverschluss tragenden rentnern die da so mit ihren hacken porsche vorbeiziehen dann lieber sowas aber das ist auch nicht super individuell weil die auch irgend nur einer mode hinterher laufen oder 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 und stereotypen oder so aber ach ja also dabei ist es an sich doch das leichteste individuell zu sein zieh das an was du magst tu das was du magst also da sind wir wieder bei dem bei dem ding was du was wir eingangs gesagt haben dass du nur das promotest was dir auch wirklich gefällt ne also du kriegst sicherlich auch mal angebote die du wirst du auch ablehnen dann einfach weil es dir eben nicht passt oder oder bei einer mit supporterin die hat deutlich mehr follower als ich glaube über 50.000 oder sowas die wurde gefragt ob sie vielleicht zum beispiel sabaton promoten möchte und ich glaube sie ist nach frankreich geflogen oder so ich glaube das war frankreich und hat da ein interview mit denen gemacht und dass das wurde hier halt alles gestellt und wäre hätte ich das irgendwie als anfrage bekommen hätte ich gesagt von wegen wäre das cataclysm gewesen gar kein problem aber erstens ich mag mich selber nicht anlügen und zweitens meine follower wissen was ich für musik höre so und es wäre dann schwachsinn wenn ich mich also vor allem vor allem mich anlüge und sage ich mag das dann habe ich eine platte zu hause die ich aber nie höre oder klar es ist schön mal nach frankreich zu fliegen und das geht nicht auf meine kosten aber was soll ich in frankreich wenn ich mit einer band rede wo ich die musik gar nicht mag sowas zum beispiel oder keine ahnung ich wurde auch ab und zu mal gefragt ob ich irgendwie einzelprojekte von irgendwelchen mädels supporten kann die female frontet ja sind mädels ob ich deren female frontet irgendwas machen kann sage ich nie female frontet ist nichts für mich tut mir leid ich kann das gerne kurz in die story tun aber meine follower wissen dass ich kein female frontet mag ich werde auch unterschreiben ist nicht mein ding aber hört mal rein sowas so was würde ich machen aber nicht irgendwie von wegen ja schickt mir mal ein paar cds zu schickt mir mal ein t-shirt zu das ist für mich nicht true wie alle sagen würden dass damit lüge ich mich selber an und meine follower lüge ich damit an das macht für mich gar keinen sinn irgendwelche leute zu promoten oder bands zu promoten die ich selber nicht höre also wenn die mir irgendwie alle platten von cataclysm zuschicken würden und ich mich damit präsentiere bitte aber hämmervoll und 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 hier sabaton brauche ich nicht ja also das ist an sich da habe ich noch gar nicht so drüber also ich bin ich bin nicht in dem status wie du oder wie diese anderen dass das jetzt so viele leute bei mir ich habe quasi den den vorteil und den nachteil also ich suche mir meine leute selber raus die ich anfrage also ich rede nur mit denen mit denen ich reden möchte das ist der vorteil da muss ich natürlich auch manche ich fühle mich geehrt ja bitte bitte danke danke ich fühle mich geehrt dass du zeit hast für mich aber das das ist halt auch für mich das ist wieder der vorteil ich rede nur mit leuten die mich auch wirklich interessieren also dass das manchmal also wenn du dir manche anguckst da habe ich mich da ein bisschen getäuscht also die interessieren mich zwar schon aber die sind halt nicht so interessant um das mal sozusagen also manche leute haben einfach nicht viel zu erzählen und so du bist jetzt schon ein bisschen weiß ich du 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 bist jung aber du hast schon einiges geschafft und 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 weißt du du hast was zu erzählen sagen wir es mal so es gibt einige leute in in meinen in meiner playlist auf youtube die haben einfach noch nicht so viel zu erzählen und das hätte ich nicht gedacht dass ja also ich ich werde mal nicht so konkret sonst sonst da kriege ich vielleicht noch ärger aber was wollte ich sagen ja nee genau also das ist der vorteil ich suche mir meine leute selber raus also ich rede nur mit den leuten die mich selbst interessieren und du bist jetzt halt mal eine kleine ausnahme weil normalerweise rede ich ja mit bands ne und das ist halt das ist dann immer da wo ich auch fan bin also wo ich mindestens drei vier lieder mag mit denen rede ich dann weil die möchte ich dann gerne kennenlernen und einfach mal dahinter gucken und so aber wo du das jetzt gesagt hast weil also ich kenne sabaton für mich ist das so das ist so dieses helden metal power metal keine ahnung was die für mucke machen ich finde es eigentlich eher lustig oder oder so alles immer so reißerisch und und krieg und bla 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 hinten und vorne und die haben in diesen diesen ein computerspiel da mitgemacht und mitgemischt und dass das promotet und so ich weiß nicht also da würde bei mir jetzt so aber ich habe also wer kann das auch nicht vergleichen bei bei mir würde quasi so ein bisschen die die curiosity also die die das interesse einfach mal wie die typen sich geben ob ich die knacken könnte weißt du ob ich die in normales gespräche also das habe ich dir ja vorab gesagt ich möchte mich normal mit denen unterhalten weil die sind ja profis die haben schon tausende interviews geführt das ist aber nicht das was mich interessieren würde also dass die quasi vorbereitete antworten auf fragen geben die immer wieder gestellt werden ja was hatte ich hier inspiriert was ist das so so bla 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 und wumm 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 genau das ist super langweilig dass auf jeden fall nichts was mich interessierend täte ob ich also bei mir wäre das so ein bisschen eher so da wäre so ein bisschen so dass der ehrgeiz gekitzelt ob ich da was rauskriegen würde aus denen was man sonst nicht so von denen hört also ich würde denen genau dasselbe sagen was ich dir gesagt habe dass ich niemanden vorführen will und dass ich niemanden quasi irgendeine trick question stelle damit damit ich cool aussehe oder damit der dumm aussieht oder was auch immer das ist irgendwie dass du dann so ein clip rausschneiden könntest und das ist ja guck mal was der für mist erzählt hat oder so das das habe ich nicht vor aber ich will halt nicht nur diese stage persona haben sondern dann eben auch wirklich sehen wie tickt der denn wirklich weil der ist ja nicht immer nur so militarist der hat auch eine familie und der hat auch irgendwie andere hobbys oder 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 geht mit seinem sohn mal ein papier schiffchen versenken oder so weißt du also verstehst was ich meine ich würde gerne solche stories an denen bin ich dann interessiert die die person und da weiß ich jetzt nicht weil auf der einen seite wäre ich so wie du vom musikalischen her interessieren die mich gar nicht ne also das ist so aber andererseits wäre es interessant zu sehen aber wahrscheinlich würde ich da way out of my league sein also würde ich nicht die knacken können weißt du wer bin ich denn schon dass ich dass ich da was rauskriege was was keiner von den ganzen etablierten interviewern so rausbekommt und dann kommt ja auch noch dazu die die würden sich gar nicht um mich kümmern also das coolste was mir bis jetzt mal so passiert ist ist in meiner playlist packe ich ja auch immer ein paar größere bands mit rein damit die eben auch zieht und da hat mal apokalyptiker hat das geliked dass ich dass ich die in meiner playlist erwähnt habe oder so dass das ist mir mal passiert aber das ist nichts außergewöhnliches also die haben keine ahnung das wird nicht mal diese die bands selber gewesen sein sondern einfach nur mal ein like von irgendjemandem der den account verwaltet von denen aber ja keine ahnung kann ich kann ich nicht so sagen also bis so bisschen wird es mich reizen aber ja aber es wird es wird nicht dazu kommen also muss ich mir auch gar nicht so gedanken gedanken machen aber da wäre ich wir sind auf der ebene auch nicht ganz gleich also ich dadurch dass ich ja auch dj bin und und verschiedene sachen zeige also jetzt bin ich einfach schon viel breiter aufgestellt du bist quasi in dem sinne persönlicher und das ist mehr so du also das ist ja weiß ich du du ich bin aber auch nicht unauthentisch also ich weiß gar nicht wie ich den bogen wieder kriegen soll dass ich dass ich nicht so blöd da stehe hier dass ich für für geld alles machen würde dass das würde ich nicht aber jetzt jetzt finde ich gerade den 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 weg nicht weil du einfach mehr erfahrung hast mit leuten zu reden oder sowas und weil es mich interessieren würde mit den leuten zu reden weiß also ich glaube dass das ist das ein guter punkt genau dass ich einfach ich würde ich würde einfach mal gucken wie wie weit ich mich da vortasten kann wie weit ich daran komme an die und das wäre dann so quasi fast schon wieder so ein professionelles interesse zu gucken wie weit wie wie viel von denen ihre rüstung ich wegnehmen kann damit ich die die selbst erkenne weiß ja weil die haben halt so eine diese typische bühnen persona und und das kommt auch viel in den interviews also nicht dass ich da jetzt viel gesehen habe aber weil du sagst also ein paar habe ich schon gesehen weil ein freund von mir der hat der wollte mal lied von den covern und ich sollte das singen und da habe ich mich mal mit denen befasst aber das ist nicht mein ding also es ist nie was draus geworden egal reden wir doch mal lieber über dich also wo wir gerade bei musik waren du du übst aber immer noch bass oder oder liegt der jetzt nur so okay gut die meine drei süßen die stehen da vorne und ich versuche halt so oft es geht zu spielen nur im moment wegen der prüfungsphase und sowas ist halt ein bisschen schwierig aber meine freundin hat sich auch gedacht weil wenn ich spät nach hause komme also wenn ich dann spätschicht habe dann bin ich so gegen 19 zu hause haben meine nachbarn auch nicht unbedingt lust dass ich damit mein verstärker da um die ecke komme es gibt es gibt kopfhörer es gibt kopfhörer ja klar aber ich spiel halt gerne offen sag ich mal und da haben meine nachbarn auch nichts gegen wenn es mitten am tag ist oder sowas wenn ich dann mein verstärker da aufbau und deswegen ist meine freundin einmal auf die idee gekommen dass wir gitarrenunterricht nehmen also sie hat dann gesagt so ich habe da mal was gefunden ich habe lust gitarre zu spielen hast du nicht mehr lust mitzukommen und das ist eine gute sage ich mal alternative jetzt wo ich nicht bass spielen kann weil es zu laut ist aber ich auch nicht auf meine hobbys verzichten möchte gerade jetzt im lockdown wo sowieso nichts zu tun ist oder sonst was ist es ganz cool wenn ich dann mit ihr zu einem unterricht gehe und auch mal ein anderes instrument lerne was ich sowieso schon vor jahren ausprobieren wollte also manchmal singe ich auch noch ab und zu aber das ist weniger geworden ich spiele eher bass als dass ich singe könnte ich mal wieder auffrischen würdest du dann auch also wenn das nehmen wir mal an es würde klappen mit deiner mit deinem death metal band oder so würdest du da auch singen wollen oder würdest du dann nur was spielen wollen wenn dann nur im background als clean gesang weil ich nicht wollen kann ich würde unfassbar gerne lernen aber dafür bin ich wahrscheinlich so ungeduldig ja deswegen überlasse ich das lieber sowieso sage ich mal das hört sich böse an aber den männern weil ich selber mag ja kein female frontet und deswegen möchte ich auch eine female frontet band haben deswegen ich würde schon gerne dann eine band haben mit einer männlichen stimme beziehungsweise mit einem männchen der der dann singt beziehungsweise growelt und ich würde mich dann voll und ganz auf dem bass konzentrieren genau ist auch also dass das coole ist beim beim bass was ich finde ist es kommt immer darauf an was was ihr für mucke spielt und so aber normalerweise wenn du es clever anstellst hast du nicht so viel zu tun auf dem bass und dann kannst du schön rum springen und noch ein bisschen auf der bühne ein bisschen debs machen weil das 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 hat mir immer ich bin halt mehr so rampensau weil ich habe viel theater gespielt und so kram dass das liegt mir halt so ein bisschen im blut wenn wenn du dann auf der bühne und da wirst du noch mal viel größer und so und dann ist es eher von vorteil gar nicht so viel oder nicht so kompliziert zu spielen damit du dann eben auch oben hobsen kannst und eben richtig mitmachen kannst also das fand ich immer sehr cool ja das vermisse ich auch so ein bisschen aber es kann ja kann ja wieder werden es wird ja es wird ja einfach also du weißt die impfungen haben angefangen irgendwann ende nächsten jahres müssten wir langsam so eine normalität rein schlittern also ich denke so ganz realistisch 20 22 wird wieder normal werden das wird noch eine weile dauern leider ja ich vermisse die bands auf jeden fall also vor allem kataklism ich vermisse es mit mich mit denen zu unterhalten weil mit den jungs vor allem mit dem gitarristen ist das so wenn wir uns sehen es direkt eine freude und wenn wir uns unterhalten es gibt kein peinliches schweigen oder sowas wir haben uns immer was zu erzählen und wenn er sein handy rausholt und mir bilder von seiner tochter zeigt oder keine ahnung es gibt immer was worüber wir uns unterhalten mittlerweile sind wir schon auf dem punkt wo wir uns über rezepte austauschen also wir sind jetzt mittlerweile seit drei jahren ziemlich gut in kontakt er hat mich sogar als eine gute freundin bezeichnet oder als eine freundin bezeichnet worauf ich sehr stolz bin ist ja schon fast eine feste beziehung hier naja würde ich nicht nein zu sagen spaß nein nee aber ich meine wir schenken uns zu weihnachten was beziehungsweise ich schenke ihnen weihnachten etwas wenn wir uns sehen also die sind meistens ende des jahres immer in deutschland und es ist tradition geworden quasi dass ich ihm seine lieblings pralinen schachtel immer schenke zu weihnachten ja und wir reden über so viele sachen von von alkoholsorten bis bis irgendwelche bands die wir uns gegenseitig vorschlagen bis hin zu essen was wir gerne kochen oder sonst was so da gibt es echt keine peinliche stille cool cool ja also das hast du ja vorhin schon gesagt das ist ein richtiger seelen verwandtschaft und also freut mich freut mich einfach ich habe auch eine gute freundin also hier meine bassistin die die auch 20 ist mit der kann ich quasi auch über alles reden und jetzt gerade so ich hatte die vorhin angerufen weil jetzt ich meine wir sind alle im lockdown es passiert jetzt nicht wahnsinnig viel und ich hatte gar nichts zu erzählen und wir haben uns trotzdem dreiviertelstunde unterhalten und so also das ist keine ahnung dass das vermisse ich eigentlich so am meisten wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen so im lockdown dass man einfach mal jemanden in den arm nehmen kann und und einfach mal drücken und knuddeln oder irgendwie also jetzt nicht nicht sexuell oder irgendwie einfach nur ich bin auch verheiratet habe auch eine tochter und aber zu so die nähe fehlt mir schon also man kann viel ausgleichen und so und ich finde das auch super genau irgendwie so einfach und und auch wo du das vorhin gesagt hast an sich geht es mir ähnlich ich mag auch nicht so große menschenmengen ist überhaupt nicht so mein ding also wenn es so freiwillig gehe ich da nicht unbedingt hin wenn ich dann da bin dann geht es alles jetzt nicht so dass ich da eine phobie habe oder dass ich mich da ganz unwohl fühle aber so größere menschenansammlung ist nicht so mein ding aber jetzt muss ich gestehen jetzt vermisse ich das auch so ein bisschen weil wenn du dann so ein cooles konzert hast und und alle sind eingegroovt und und es einfach da und und was nicht damit dann machst du einfach mit und das ist ich habe das mal verglichen mit wir sind ja in so einer in einer zeit wo die leute nicht mehr so wahnsinnig religiös sind und so aber du brauchst halt so eine congregation du brauchst halt so ein zusammenkommen und und zusammen lieder singen und zusammen tanzen und und irgendwie dieses gemeinschaftsgefühl ne und das hast du eben so so wie früher weiß ich die ganzen riten und und die ganzen kult sachen die gemacht wurden da wurde ja auch gesungen und getanzt und 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 sich rhythmisch bewegt und so und und das ist quasi das sind für mich konzerte das ist da wo du dann hingehst und wo du dann einfach die energie hast da ist einfach mehr als nur die musik vorhanden das sind die ganzen ich meine du riechst auch den schweiß und das verschüttete bier und so natürlich aber ja aber das also ich hätte nicht gedacht dass ich das mal so vermissen würde aber tue ich jetzt gerade für einige ist es ja auch so eine art therapie also für mich zum beispiel klar es gibt sowas wie winter depression oder sowas ich habe das auch mal auf instagram angesprochen da gibt es sogar einen ganzen haufen voll mit story beiträgen in meinem highlight wo ich offen darüber rede über meine depression und was ich noch so habe an krankheiten die dazugehören so und jetzt im moment durch die prüfungszeit ist es halt auch erstens schwer therapie wahrzunehmen und zweitens ich würde mich trotzdem zu irgendwie konzerten drängeln wenn es welche geben würde da wäre mir sage ich mal ein tag therapie würde ich ausfallen lassen aber dafür auf ein konzert gehen weil es für mich das gleiche ist ich kann da alles gut ich kann da einfach ich selbst sein ich kann da einfach meinen kopf meine gedanken werden einfach frei konzerte sind für mich einfach ist einfach eine art von therapie für mich und dass das hilft mir und jetzt merke ich halt sehr doll durch den lockdown und ohne konzerte ohne freunde treffen wie geknickt ich einfach bin ich liege teilweise einfach im bett und traurig und weiß nicht mal warum einfach weil mir alles fehlt wahrscheinlich es gibt natürlich auch andere sachen die mich stören und traurig machen aber vor allem dieses nicht unter menschen sein nicht auf konzerte gehen seinen hobbys nicht nachgehen können dass das wird nicht nur mir so gehen absolut nicht also ich kann an meinen beiden händen mindestens ich kann meine beiden hände irgendwie benutzen um die leute aufzuzählen die ich kenne es geht mir geht mir ganz genauso also für mich ist irgendwie ich meine wenn ich dir sage was mir fehlt das ist dann merkst du gleich dass wir luxus probleme haben also ich meine wir sind am leben uns geht es gut alles schön aber die frage ist dann halt immer was ist das leben wert wenn du wenn du nicht das mit dem füllen kannst was dich fröhlich macht und was ich glücklich weil bei mir fehlt sport also mir fehlt mein gym ich gehe jetzt fast jeden tag joggen und ich hasse joggen aber ich muss ja wenigstens irgendwas machen und und so aber ich mag halt richtig hier ein workout und und halt im gym und so da habe ich auch meine kumpels und da wird halt locker room talk was da bin ich ein richtiger mann weil zu hause habe ich halt nicht so viel zu sagen nein ist nicht ganz so aber das 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 vermisse ich halt so ein bisschen weiß also dass ich richtig ausgepowert bin ich bin jetzt müde vom nichts tun das finde ich super nervig irgendwie das ist einfach so was denn früher war ich müde weil ich noch mal mit dem fahrrad unterwegs also gut das kann ich immer noch aber weil ich im gym war und mich richtig ausgepowert habe und und so und dann dann hast du dich auch richtig wohl gefühlt weil dann dann warst du fertig aber du warst so du hast deinen denn und und da komme ich jetzt wieder und dasselbe hatte ich dann eben auch wenn ich weil ich trinke eigentlich keinen alkohol und wenn ich irgendwo hingehe dann tanze ich da auch also dann bewege ich mich weil weil sonst ist mir zu langweilig wenn ich auf ein konzert gehe und dann nur rumstehe und ein wasser trinke oder oder eine limo oder irgendwas dann dann was soll das meistens ist es so laut du kannst dich eh nicht unterhalten also dann stehe ich da rum und trinke eine limo und gucke der band zu nö mache ich nicht also tanze ich und und dann 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 lege ich und dann dann hast du aber auch eben weißt du du kennst das auch dann dann kommst du da raus und dann klingeln die ohren und du fühlst dich wohl aber weil du bist fertig aber du bist noch so voller endorphin und so kram also und du brauchst erst mal das kennst du garantiert auch dann kommst du nach hause da muss ich erst mal irgendwie 12 stunden irgendwas dummes im fernsehen gucken big bang fury oder irgendwas was gerade kommt damit ich wieder runter komme damit ich überhaupt ins bett kommen kann weil weil ich kann mich nicht gleich hinlegen das ist du bist einfach du bist auf wolke keine ahnung 25 und dann musst du erst mal da runter runter fahren wieder und dann geil und so am nächsten tag bist du dann so ein bisschen genau aber ja genau also das fehlt das fehlt mir auch so dieses ausbauen und ist einfach mitmachen und 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 teil eines ganzen sein oder so das ist so ich habe mal ich bin mal gespannt was es so in ein zwei jahren wird wird sicherlich mal auswertung geben weil die corona toten sind das eine aber die die ganzen anderen probleme die da noch aufziehen also ich bin zum beispiel sehr froh meine tochter die ist jetzt acht geworden dass die genügend spielkameraden hat die hier in der nähe sind mit denen sie sich treffen kann damit die eben nicht auch nicht versauert also das ist okay die kann auch mal schön alleine spielen aber die soll ja auch nicht den ganzen tag nur vor der klotze hängen oder irgendwas machen weil sie dass sie dass sie still gestellt ist oder ja also das ist eigentlich traurig dass dass sie dass sie sich nicht entfalten kann so richtig also jetzt lass uns mal vielleicht zu so einen schönen wir wollen sie einen Abschluss haben was war denn mal hat ich mir so aufgeschrieben genau das hast du schon gesagt sitzt tödduc tenten support promotion weil ich das gerade noch mal lese in meinen notizen bäckerei fachverkäuferin wie kam es denn wie kam es denn dazu also war das jetzt hast du das richtig ausgesucht oder sind ja irgendwie rein gerutscht es war tatsächlich das ist eine sehr sehr lange geschichte erzähl mal die zeit habe ich und zwar habe ich als ich noch bei meinem vater gewohnt habe habe ich eine ausbildung als einzelhandels kauffrau angefangen weil mein vater wollte immer dass ich irgendwas im einzelhandel mache weil er war stolz drauf ich war 16 konnte nicht wirklich entscheiden ich war noch zu hause und mit 16 kann man hat mir nicht so viel zu sagen wie mit 18 absolut deswegen bin wer dann wird dann bin ich halt zu aldi gegangen und habe da meine ausbildung angefangen habe das in ein jahr lang gemacht und durch meine psychischen probleme habe ich dann durfte ich ein jahr lang nicht arbeiten also ich durfte nicht von meinem arzt aus dann bin ich in diesem jahr bin ich dann auch zur klinik gegangen das hat mir super gut geholfen ich bin da wie ein anderer mensch rausgegangen ein komplett anderer mensch und dann zu meinem ex freund gezogen damals habe ich gedacht oh mein gott ich war damals war es noch dein freund damals war es noch ja genau damals große liebe gerade einen monat zusammen gewesen und dann ja und dann war das so dass ich halt zu ihm gezogen bin denn das stand entweder entweder bleibst du bei deinem vater du gehst in ein heim oder keine ahnung was mit dir passiert so dein heim wollte ich nicht und ich wollte eigenständig sein so eigenständig war ich nicht ich bin es mein freund gezogen und ja dann habe ich bei ihm versucht angefangen anzufangen eine neue ausbildung zu suchen und bin dann zu edeka gegangen und habe da aber zum glück im zweiten lehrjahr weitermachen können ich habe ja im ersten lehrjahr aufgehört bei aldi und habe dann das zweite lehrjahr weitergemacht bei edeka und die chefin mochte mich aber nicht und hat mich einen tag vor einer der probezeit rausgekickt und ich stand dann da mitten im zweiten lehrjahr wer will mich haben 90 werbungen geschickt keiner wollte mich haben dann ist mein ex freund auf die idee gekommen hey ich arbeite in der bäckerei ich frag mal die chefin was sie davon hält jemand neues einzustellen hat er gefragt und ich wurde direkt ins erste lehrjahr geleitet und er war aber oder ist bäcker und konditur meister beziehungsweise eigentlich nur bäckermeister ich weiß nicht aber mittlerweile was anderes macht auf jeden fall ich habe dann angefangen bäckerei fachverkäuferin zu lernen denn ich habe schon verkäuferin gemacht warum nicht verkäuferin weitermachen war dann aber im ersten lehrjahr weil es ein anderer beruf ist anderer beruf andere klasse und so weiter und so fort ist das wirklich so also da kommen wir gleich noch mal drauf weil ist das wirklich so ein unterschied aber okay als erst mal zu ende und dann ist man hat ich noch mal nach ja und genau dann hat mir der betrieb aber nach einem jahr nicht mehr so zugesagt und jetzt bin ich in einem anderen betrieb und mache jetzt noch bis bis zum elften meine prüfung da ist meine erste meine schriftliche und am 17 ist meine mündliche prüfung also januar ja und wenn alles klappt und ich dann die in der neuen wohnung bin dann arbeite ich hoffentlich wieder im einzelhandel wenn alles klappt wie ich mir das vorstelle und dann hoffentlich irgendwann in einer platten firma die mich anspricht also einzelhandel dann aber nicht in der bäckerei nein nie wieder der beruf hat mir gar nicht zugesagt es es liegt nicht unbedingt an den an den betrieben wo ich war es liegt einfach daran an das sind halt andere kunden man muss damit umgehen können und teilweise komme ich bin halt so ein offener und freundlicher mensch ich wollte gerade sagen aber du bist doch eigentlich du bist doch eine umgängliche person also ich wüsste jetzt gar nicht was was du also sind das immer die alten oma ist die dich dann holen sie doch mal diesen kringel da raus oder keine ahnung ich weiß nicht erzähl mal was das problem ist weil das problem bei den kunden in der bäckerei ist dass die null respekt vor unserem beruf haben die kommen rein sagen nicht mal hallo es gibt also keine begrüßung gucken mich an das da okay kein hallo kein ich hätte gerne kein bitte kein keine genaue beschreibung und wenn ich dann sage möchten sie das nein das nein das nein sage ich möchten sie das da haben denn da haben sie auch aufgezeigt sind sie eigentlich blöd im kopf ich habe doch aufgezeigt so was kommt dann okay es kommt keine begrüßung kein gerne kein bitte sondern einfach nur das da und dann werde ich vor allem ist ja auch ein schildchen davor also keine ahnung da steht ein stachelbeerkuchen und keine ahnung was was da noch bei euch steht also aber also ich weiß jetzt nicht sagst nicht in welcher stadt du lebst aber also ich kann das nicht für uns sagen ich wohne hier in jena in thüringen und also bei uns ich gut ich bin halt ein anderer typ ich unterhalte mich dann gerne auch mal mit der mit der person hinter dem hinter dem tresen und so und letztens war ganz witzig weil in der eine bäckerei wo ich immer hingehe da da kaufe ich immer dasselbe ich kümmelbrot und und ich gucke so an der vorbei und und so und und sie und sie so ne kümmelbrot ist heute aus also die hat quasi so wenn ich das meiner frau erzähle dass sie an meinen blicken schon ablesen können was ich will haben wir dann noch ein bisschen gescherzt und so also da bin ich vielleicht auch nicht so der normale kunde ich weiß es nicht in welcher stadt du wohnst aber das also es tut mir leid das zu hören für dich ich kann es halt nicht bestätigen für 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 die gegend wo ich herkomme weil da sind die leute sehr eigentlich die gegend wo ich eingesetzt werde ist so grenze niedersachsen hamburg okay das ist weit weg für mich wir sind hier im grünen herz von thüringen von von deutschland also in thüringen so rum das wollte ich sagen na schade also tut mir leid das zu hören ich meine idioten hast du überall also das wird jetzt auch ich denke du du bist da realistisch genug selbst wenn du deinen traumjob hast wirst du da auch mit ein paar leuten zu tun haben nicht so magst und so und auch ein paar sachen machen müssen die du eben nicht so magst aber das ist einfach so das ist überall also ich meine ich sage immer so gerne ich muss diese person nicht heiraten ich muss sie einfach nur mit ihr arbeiten genau so genau und solange das arbeitsklima dann halbwegs normal ist und man sich nicht gegenseitig beleidigt habe ich auch kein problem da weiterhin zu arbeiten was ich da immer positiv finde oder also da kann ich jetzt von meinem alter dir ein bisschen was mitgeben du junges ding du manchmal ist es auch ganz gut zu wissen was man nicht will und so und das kannst du jetzt du du weißt jetzt ziemlich genau was du nicht willst weil ich kann dir nämlich jetzt auch wieder sagen guck mal ich bin jetzt 44 wird nächstes jahr 45 und ich weiß immer noch nicht so ganz genau was ich mal werden will wenn ich mal groß bin also bei mir ist das immer ich habe ich habe familie ich habe mein auskommen und so alles alles gut aber ich habe ganz viele verschiedene sachen ausprobiert ich habe meinen job fast alle zwei drei jahre gewechselt und so also immer was neues und so und was ich aber gelernt habe ist ich weiß was ich nicht will und so und es gibt halt gewisse dinge da gehe ich gar nicht mehr hin und so und das ist etwas positives also damit du jetzt auch an diesem negativen was positives sehen kannst das ist auch gut zu wissen das will ich nicht das will ich nicht das will ich nicht und das was übrig bleibt gucken noch mal und dann kannst du ja immer noch erfahrungen sammeln und einzelhandel ist ist auch ich wollte eigentlich auch mal in einzelhandel gehen aber meine eltern haben mir damals sehr davon abgeraten weil halt dich fest du sitzt ja schon damals ging das los da siehst du mal wie alt ich bin da gab es den langen donnerstag der wurde da gerade neu eingeführt dass das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr weil heute heute sind alle tage so lang das war nämlich damals haben die geschäfte alle um sechs zugemacht aber am donnerstag haben die bis um acht auf gehabt oder sogar bis um zehn oder so das kenne ich von ämtern genau genau und das das gab aber damals noch oder haben die meine eltern mit damals nicht macht das mal nicht da musst du am donnerstag so lange arbeiten und ich habe natürlich auch meine eltern gehört weil mir ging genauso wie bei dir ich war 16 und was weiß ich denn von der welt ich habe keine ahnung ich weiß doch nicht was also was will ich denn werden was was keine ahnung aber genau dann nutzt nutze das zu wissen was du nicht willst und dann guckst du mal hast du eigentlich schon du hast ja wahrscheinlich schon deine deine fühler ausgestreckt du bist ja hier mit nuclear blast das ist ja eine ziemlich große firma wenn du da nicht drüber reden willst absolut okay aber hast du da irgendwas am horizont was ich da so ergeben könnte ja tatsächlich ich habe tatsächlich bei nuclear blast meine bewerbung abgegeben und habe da tatsächlich über instagram weil wir uns plötzlich gefolgt sind haben wie auch immer bin ich mit jemandem kontakt geraten und mit dieser person verstehe ich mich richtig gut also wir wir schenken uns sogar gegen oder haben uns gegenseitig was zu weihnachten geschickt zugeschickt und reden auch ganz offen über probleme und sowas und ja wenn es dann soweit sein soll dann werde ich wahrscheinlich erstmal ein langzeit praktikum gehen und ich meine allein das macht sich im lebenslauf schon bemerkbar wenn man dann stehen hat dass ich ein langzeit praktikum bei nuclear blast gemacht habe und was du bist ja nicht doof du bist ja nicht auf den kopf gefallen du wirst das ja nutzen für kontakte knüpfen und so also ich glaube da kann da was draus werden also im schlimmsten fall halt nicht bei nuclear blast aber du wirst ja so viele leute kennenlernen ja die bands kennen ja auch wieder leute also das ist das du hast dann ganz schnell du bist dann quasi in der mitte vom spinnennetz drin also wenn da nichts draus werden würde dann dann machst du was falsch ja also ich habe zum beispiel hier in hamburg habe ich zum beispiel auch habe ich auch oktober promotion oder dragon productions die habe ich auch mit denen habe ich auch schon öfter was gemacht hast du die mit dragon productions die haben mich da reingebracht in das festival mit gotti thrones über die bin ich an das interview gekommen und über mit oktober promotion hat ja wie gesagt alles angefangen und die beiden sind auch vernetzt die kennt sich auch untereinander ich glaube also jetzt so jetzt zu von meiner einschätzung es wäre ein großes wunder wenn da nicht irgendwas also was du wirst vielleicht nicht gleich am anfang deinen traumjob haben aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe du hast eine vision du weißt wo du hin willst und das ist manchmal schon die halbe miete weil die meisten leute wissen nicht so wenn du kein ziel hast dann wirst du es immer verfehlen weil du gar nicht weißt wohin du eigentlich willst ne und du hast ein ziel und das wird vielleicht nicht der gerade weg aber manchmal so manchmal so manchmal so und am ende kommst du vielleicht doch woanders raus und bist viel glücklicher mit dem was du dann haben wirst was auch immer das dann sein ist sein wird aber ein ziel ist auf jeden fall immer gut weil du weil du dann halt deine kraft bündeln kannst und in diese richtung gehst also als wenn du so guck mal morgen was morgen machen und so also dass du arbeitest du hast es ja vorhin schon gesagt du arbeitest dreimal die woche postest du warst und so also du bist ja da schon schon hinterher und das wir beide mögen dieses influenza dings nicht ist halt so comes comes with a territory ne ein freund von mir hat mal gesagt hate the game but not the player und so sehe ich das eben auch wir müssen das spiel halt mitspielen und und für dich ist es ja quasi auch noch mal wichtiger in dem sinne weil das ist ja deine bewerbungs mappe quasi die du da dir aufbaust ne also wenn du eben zeigen kannst das habe ich schon und das habe ich und das habe ich schon und so also das ist ja dein dein portfolio was du dir jetzt hier gerade aufbaust ne bei mir ist es unwichtiger also ich habe ja den den riesen vorteil durch meine meine radio show die bands die ich da spiele die promoten ja dann auch wieder die radio show also das ist quasi immer so ein perpetuum mobile wenn ich da eine größere band mit drin habe die promoten das dann und wusch und schon also das geht immer weiter quasi langsam nicht so nicht so schnell wie bei dir aber ich habe ich habe ja auch zeit weißt du also das ist so für mich ist es nur das ist ja nicht mein hauptanliegen also aber trotzdem deswegen unterhalten uns ja heute ich wollte mal so hören wie das jemand professionelles macht und du bist jetzt verglichen mit mir in der absolut professionell ne ja bitte also meine ich meine ich auch ganz ernst du 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 postest immer was und so manchmal auch sehr sehr sexy fotos aber das finde ich auch nicht so schlimm weil weil ich weiß ich frage mich dann jetzt immer so du weißt ja jetzt ich habe hier eine tochter und so wie das dann so werden würde weil meine tochter will auch immer gerne mit mit vor die kamera und wenn ich hier meine radio show habe dann tanzen wir meistens zusammen zu der mucke die die ich dann so spiele und so also das wird auch nicht lange dauern da wird sie dann auch ihr eigenes zeug machen wollen also sagen wir mal mit 14 15 oder so mal gucken wie lange ist sie dann noch verhalten kann ich will es ja auch nicht verbieten wir leben ja halt in der zeit wo sie damit groß werden muss ja also es ist ja gut damit umgehen zu können und dann dann muss ich mal sehen wie ich dann damit umgehen aber an sich weiß ich bin ja aussie wir sind mit fkk groß geworden und so also wenn du wenn du ein gutes körpergefühl hast und das jetzt nicht nur machst um keine ahnung um dich als objekt zu platzieren sagen wir mal so dann habe ich persönlich damit überhaupt kein problem und ich finde es eigentlich auch schön wenn ich ein kompliment machen kann du siehst aber gut aus oder so das sind wir deutschen oft ein bisschen verklemmt weißte ich habe in anderen ländern gelebt da ist das viel einfacher mal zu sagen hey das sieht aber toll aus das kleid was du da trägst ohne dass dann gleich was wir aber auch offen wenn ich zum beispiel also es ist ein wunder wenn hier in staaten mal jemand mit band chat oder sowas rumläuft und das war letztens so da okay was heißt letztens da war noch kein lockdown da hatte ich einen kunden und der hatte eine stones mütze auf sag ich so ja coole cappi sag ich so wie du weißt dass das eine band ist ich so ja ich weiß dass es eine band ist und dann so du hörst diese musik ja ich bin damit groß geworden und hörte diese musik immer noch eine weise total erstaunt hat dann angefangen zu reden von wegen ja ich habe gehört dass sie bringt ja auch neues album raus und dies und das man sind wir ins gespräch gekommen weil nichts los war und dann habe ich mich mit dem kunden vom tressen vom hinteren tressen auf vor den tressen unterhalten und das ist manchmal auch richtig cool sowas mal irgendwie das ist ein guter punkt weil weil ich ziehe sehr selten irgendwelche band shirts an aber ich habe das jetzt auch schon bei meiner hier bassistin die auch genau dasselbe wie du diese auch 20 und so und die hatte auch band shirts an und da waren wir hier in jena unterwegs und haben nur ein eis geholt und die die ich kenne die die hinterm eis die die ist so gothic krufti und und die hatte halt so ein band shirt an egal ist band shirt was ist denn da und da haben die sich schon unterhalten nur wegen wegen dem band shirt und so also da habe ich auch gedacht mensch ich müsste auch mehr sowas anziehen wenn ich wenn ich raus raus gehe einfach um um farbe zu bekennen um einfach zu zeigen was das ist ja auch eine art erkennungszeichen dass man eben weiß guck mal du hast jetzt ein beatles kann ich auch sagen geiles shirt und so aber was ich eigentlich sagen wollte ist und ich glaube du kannst das leider auch ein bisschen bestätigen wir deutschen sind ein bisschen wir haben ja so ein bisschen stock im arsch mit komplimenten zu machen weil das eben wenn du kompliment machst dann willst du was von der anderen person haben das kannst du nicht einfach nur so machen du kannst ja nicht einfach nur so sagen das sieht aber geil aus das kleid was du da an hast oder oder schöne figur du hast aber cool cooler body oder oder irgendwie dann ist schon immer gleich so eine sexuelle konnotation mit drin finde ich schrecklich finde ich auch schrecklich das ist das einzige mal wo wo es mir nicht auf die füße gefallen ist wo ich ein kompliment gemacht da stand eine alte dame neben mir und ich so sie haben aber ein tolles parfüm und die war die ist aufgeblüht weil die hat einfach gut gerochen und und für die war das toll und da war klar dass ich nichts von der wollte und und sie wahrscheinlich nichts von mir und und aber sonst so wenn ich dann weißt du ich wohne ja in einer studentenstadt hier und wenn ich mit dem fahrrad im sommer lang und du siehst die hübschen mädels auch mal aufpassen dass ich auch auf die straße gucke und so aber da würde ich dann immer auch gerne boah dieses sommerkleid das sieht einfach so geil aus und so aber ich traue es mir nicht also nicht falsch aufgefasst ja genau und das ist fast ein bisschen schade dass das alles so weißt du wenn du dir die deutsche sprache ein bisschen auseinander nimmst da gibt es doch dieses wort das finde ich reizend auch sie sehen aber reizend aus und reizend heißt ja eben genau das dass es dich reizt ja und 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 das ist nichts negatives das heißt ja nicht dass ich jedes mädel was ich angucke dass ich mit der gleich in die kiste springen muss nur weil ich die reizend finde aber ich finde es aber auch traurig weißt du manche mädels donnern sich ja total auf oder und dann darfst du da nichts sagen und ach naja das ist ich bin ungeschminkt und du siehst trotzdem gut aus ja also ich bin bin auch nicht so gut manchmal bei so bei so gothic chicks mag ich es wirklich sehr wenn die so richtig doll aufgedonnert also das ist einfach gar dann glotze ich da muss ich gestehen da glotze ich dann auch richtig weil aber das ist ja das was die auch wollen die donnern sich ja nicht so auf nur um um in der menge unterzugehen also das das ist ja nicht den ihr ansinnen wenn die wenn die da zwei stunden vor vom schminkspiegel dastehen und so aber und bei denen kann man das dann schon wieder eher sagen weil die die erwarten das ja dann quasi auch ne also die was wenn wir dann richtig hier mit ihren corsagen und so die laufen da ja nicht nur rum um nicht beachtet zu werden bei denen ist es dann halt genau das gegenteil also da kannst du das dann wieder sagen aber so ist es mit meinen tattoos so ich falle wegen meinen tattoos so auf meine meine bekannten und freunde die sagen schon ich bin eine wandelnde werbung oder sowas mit fassäule genau genau sowas denn hier zum beispiel habe ich children of boredom mit i worship chaos dann habe ich das streichholz von von rammstein habe ich hier cool dann habe ich hier von karak anderen 1 hier oben habe ich kataclysm das ist nickelback ein zitat aus dem song also ich bin noch nicht lange nicht fertig aber da werde ich auch sehr genau ich sehe noch ein paar freie stellen musst du eigentlich musst du ein eine uniform tragen bei dir also so so eine service uniform auf arbeit wenn du wenn du hinter der theke stehst weil das ist das stelle ich mir gerade sehr witzig vor wie das dann aussieht was wenn so mit rüschen und so und dann und deinen tattoos also viele erkennen da nicht dass ich metal höre also ich das einzige was ich habe sind meine tattoos und meine beiden masken also ich habe eine maske von sodden und eine von kataclysm und ansonsten habe ich ein weißes polo shirt an und eine dunkelrote schürze okay naja ja das ist sehr neutral neutral eigentlich weil ich kenne ich kenne hier so eine bäckerei bei uns in der stadt und die machen so auf kaffeehaus und so und die haben halt wirklich so rüschen so weil es also so richtig so altmodisch so wie das aus dem 18 jahrhundert kennst und so und das fände ich dann super witzig wenn du sowas anhättest und dann 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 die tattoos da drunter das würde das wäre so ein geiler bruch selbst selbst die kunden sprechen mich darauf an dass ich habe hier zum beispiel den reaper tätowiert und da haben schon einige kunden gesagt oh gott dann gucke ich dir an nee genau das gegenteil ehrlich gesagt sogar der tod ja def okay cool also ja ich habe eigentlich alles alles erfahren was ich so wollte vielen dank für für deine offenheit und jetzt haben wir doch noch in was gutes gedreht dass wir nicht so auf einer auf einer auf einer dunklen note enden also lass uns gerne in kontakt bleiben du weißt ich bin ich bin dj also ich kann spielen was ich will in meiner radiosendung ich krieg meistens eh zu viel als zu wenig also ich muss dann eher immer aussieben aber da können wir auch mal gerne was zusammen machen gerne genau also und ich wünsche dir alles also das wäre natürlich also nuklear plast ist natürlich ziemlich cool eine eine band hier aus unserer gegend ich weiß gar nicht ob heffen schall börn bei nuclear blast ist die kommen hier bei uns aus der gegend doch ich glaube soweit ich weiß habe ich die neueste cd von von nuclear blast bekommen von denen ja und deserted vier ist glaube ich auch bei bei denen die sind die sind ja auch aus der gegend bin ich mir jetzt nicht so sicher bin ich jetzt auch nicht ganz so sicher na gut aber heffen schall börn mit dem gitarristen habe ich früher meiner band gespielt der hat bei uns schlagzeug gespielt ja aber aber was ich was ich was ich lernen musste und das das kennst du garantiert auch ist es es zählt nicht wen du kennst sondern wer dich kennt das ist also andersrum aber aber ich freue mich für ihn also weil weil der war damals super jung und hatte nicht viel auf dem kasten aber der hat eben auch ziel gehabt und der hat jetzt vor 40.000 leuten in wacken gespielt also das ist das ist eine hausnummer das also ich bin ich bin ziemlich stolz den zu kennen und der ist halt immer also wenn wir uns mal sehen der der wohnt in in saalfeld glaube ich also der selten da aber wenn wir uns mal über den weg laufen können wir auch noch über die alten zeiten reden das ist schon cool na cool also dann vielen dank für deine zeit danke fürs einladen gern geschehen ich ich wünsche dir alles gute und ich schicke dir dann nachher die links wenn das wenn das alles so fertig ist weil das wird also wird auf youtube kommen und es wird dann auch ein podcast auf spotify und itunes und google play und so wird man das dann auch hören genau da schicke ich dir dann die ganzen links und wenn du keine ahnung wenn du dann meine band hast würde ich mich natürlich auch gerne wieder mit dir unterhalten da können wir uns dann über musik über musik unterhalten und wer weiß jetzt wenn wenn das dann steht also vielleicht wirst du dann kontaktiert siehst du das normalerweise mache ich in die youtube in die description mache ich rein ein link zu dem spotify channel was soll ich denn bei dir rein machen fällt mir gerade auch gerne instagram oder so instagram und ich habe auch eine facebook seite da siehst du bin ja auf facebook das ist halt so mal aber ich kann den link reintun ja also auf facebook habe ich genauso wie auf instagram also xl e 6 6 6 6 p a x 6 6 6 6 ja viele fragen mich immer was mein name zu bedeuten hat mein instagram name wie kommt es denn auf auf dein 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 andere name potato potato also ich weiß natürlich was potato heißt aber wie kommst du denn zu potato ganz einfach oder auch nicht damals in der fünften klasse oder sechste klasse war das sogar da waren elternabend und mein vater war der einzige der sein schild hat stehen lassen und am nächsten tag sind meine klassenkameraden in die klasse gekommen und dann haben sie das schild gesehen und dann hat irgendjemand gefragt wer an dieser klasse heißt denn hier bitte potato so weil es gibt kaum jemanden der meinen nachnamen aufsprechen kann wenn man ihn liest weil das halt kompliziert also kompliziert das wird halt mit ae und am ende mit o w geschrieben ich überlege gerade wie dein name ist aber ja lass es lieber weil wir zeichnen das ja auf ja genau das ist besser lieber nicht genau aber ist egal wenn wir uns da mal besser kennenlernen kannst du kannst mir ja mal persönlich zeigen oder so okay okay also da kommt das her das ist schwierig schwierig für andere das entweder auszusprechen oder sogar aufzuschreiben wenn dies hören und deswegen wurde ich potato genannt und es hat sich die jahre so weitergetragen dass ich potato genannt werde okay ich hatte ich hatte jetzt schon schon schlimme schlimme gedanken dass du so ein couch potato bist oder irgendwas und dass es deswegen kommt weil weil so schätze ich dich gar nicht ein deswegen war das jetzt wo kommt dieser name her okay alles klar nachnamen ja okay okay cool dann haben wir dieses geheimnis auch noch gelöst ja danke danke nochmal für deine zeit und ja also rutsch gut rein ist ja nicht mehr lange hin und genau also 2021 kann noch besser werden dass davon können wir mal ausgehen und und wer weiß vielleicht vielleicht treffen uns mal auf irgendein konzert oder so weil ich werde dann auch wieder also das habe ich mir persönlich vorgenommen für 2021 ich habe schon immer versucht hier support your local scene wenn immer irgendwas war was mich halbwegs interessiert hat bin ich hingegangen aber das werde ich jetzt noch mehr machen weil du weißt selber die die ganze live szene ist ist am boden also die ganzen clubs und und so und und konzerthallen also die die müssen wir helfen wieder mit aufzubauen also ich glaube wir zwei werden es jetzt nicht ganz alleine schaffen aber wir werden wir werden unser bestes tun das eben auch zu promoten richtig genau okay dann jetzt aber jetzt mal aber schluss hier ich mache mal stopp worte